Eine Flasche Whisky, Johnny Walker, Island Green, Alkoholgehalt 43%, Inhalt 1 Liter, mehr sag ich nicht. Mindestgebot 6 Euro, wer bietet 6 Euro? 6 Euro, wir gehen hier automatisch in 2 Euro Schritten weiter. 6 Euro, der Herr mit den Kopfhörern, 8 Euro, der junge Mann nebendran, 10 Euro hier vorne, 12 Euro die Dame, 14 Euro der Herr. 14 Euro, 16 Euro, 18 Euro, 20 Euro, 20 Euro sind geboten, jemand 22, 22 die Dame, 24 der Herr, 26 der Herr in der ersten Reihe, 26 Euro sind geboten, jemand 28, 28 der Herr mit den Kopfhörern, 28 sind geboten, jemand 30, 30 Euro sind geboten, jemand 35, 34 Euro die Dame, 34 Euro sind geboten, jemand 36, 34 Euro sind geboten, zum ersten niemand mehr, 36, 38 Euro, 38 Euro der Herr hier vorne, 38 sind geboten, jemand 40, 38 sind geboten, zum ersten niemand mehr, niemand 40, 38 Euro, zum ersten, 38, zum 40, 40 Euro sind geboten, niemand mehr, niemand 42, 40 Euro zum ersten, 42 der Herr, 42 Euro sind geboten, jemand 44, der Herr hier rechts, 44 sind geboten, jemand 46, 44 Euro sind geboten, zum ersten, 44 Euro zum zweiten und 44 Euro zum dritten Verkauf, Glückwunsch, kommen Sie einfach vor. Für alle noch nicht zugenommenen Gäste, kommen Sie einfach ran, kommen Sie näher, wir sind nicht auf dem Hamburger Fischmarkt, wir sind bei einer öffentlichen Versteigerung des Hauptsollands Gießen, hier kann jeder mitmachen, ein kurzes Handzeichen genügt, kommen Sie ran. Eine Flasche Whisky, Keeling, 46%, 0,7 Liter, Mindestgebot, 5 Euro, 5 Euro der Herr, 7 Euro, 9 Euro, 11 Euro, 13 Euro, 15 Euro der Herr, 17, 19, Ihnen gebe ich die gerade Zahl, Ihnen gebe ich 20 Euro, das ist für mich einfacher, 20 Euro, 20 Euro, 22, 24, 26, 26 Euro der Herr, 28, 30 hier vorne, 34, 34, 34 der Herr, 34 Euro sind geboten, jemand 36, 34 Euro sind geboten, niemand mehr, niemand 36, 34 Euro sind geboten, zum ersten, 36, 36, 34, 38, ich wäre fast zurückgegangen, 38, 38 Euro sind geboten, jemand 40, 38 Euro sind geboten, niemand mehr, niemand 40, 38 Euro sind geboten, zum ersten, 38 Euro zum zweiten und 38 Euro zum dritten Verkauf, Glückwunsch. Wir kommen zur Laufe Nummer 5, ein Trikot, handsigniert von Thomas Müller, FC Bayern München, am gestrigen Abend Kapitän der deutschen Nationalmannschaft im WM-Qualifikationsspiel in Tschechien. Wir beginnen mit einem Mindestgebot von 30 Euro und gehen auch hier in 10 Euro Schritten weiter, 30 Euro die Dame, 40 Euro der Herr, 50 Euro, 60 Euro, 70 Euro die Dame, 80 Euro, 90, 100 Euro der Herr, 100 Euro sind geboten, jemand 110, 110 die Dame, 110, 120 der Herr. 120, der Herr sind geboten, jemand 130, 120 Euro sind geboten, niemand 130, 130 Euro die Dame, jawohl, 140, 140 der Herr, 140 Euro sind geboten, jemand 150, 140 Euro sind geboten, niemand mehr, niemand 150, 140 Euro sind geboten, 150 Euro, 150 Euro die Dame hier vorne, 160 Euro der Herr, 160 Euro sind geboten, niemand mehr, niemand 170, 160, 170 Euro, Also 160 waren wir. Sie machen mich ganz, ich bin ganz zwischen. Ist ja auch egal. 170 Euro sind geboten. Wer macht 180? 180 Euro der Herr. 180 Euro sind geboten. Niemand mehr. Niemand 190. 180 Euro sind geboten. 190 Euro die Dame. 190 Euro sind geboten. Jemand 200. 190 Euro sind geboten. Niemand mehr. Wem ist Thomas Müller 200 Euro wert? Also nicht der, das Trikot. 190 Euro sind geboten. Niemand mehr. Niemand 200. 190 Euro für die Dame. Zum Ersten, zum Zweiten und 190 Euro. 200 der Herr. 200 Euro sind geboten. Jemand 210. 200 Euro sind geboten. Zum Ersten. 200 Euro zum? 210 Euro. 210 Euro sind geboten. Wer bietet 220? 220 der Herr. Jawohl. 220 Euro sind geboten. Niemand 230. 220 Euro sind geboten. Zum Ersten. 230 hier vorne die Dame. 230 Euro sind geboten. Jemand 240. 230 Euro sind geboten. Zum Ersten. Niemand mehr. Niemand 240. 230 zum Ersten. Für dieses ordinale Hansignierte. Thomas Müller. FC Bayern München Trikot. Getragen in der Hand von Guido Barth. Fan von Borussia München Gladbach. Allein das. Allein das. Das können Sie Ihren Enkeln erzählen. Das erlebt man nicht alltäglich. Hier in Hamburg auf dem Tag des Zolls. 230 Euro waren wir gewesen. 230 Euro sind geboten. Zum Ersten. Niemand mehr. Niemand. 240. 230 Euro zum Ersten. 230 Euro zum Zweiten. Und 230 Euro zum... Ich guck noch mal. Ich guck noch mal. Dritten Verkauf. Glückwunsch. Ja, jetzt war es zu spät. Grüße XM. Mit den Unterschriften des Zoll-Ski-Teams. Sowie ein signierter Ski. Unter anderem sind Unterschriften. Felix Neureuther, Simon Schemp, Miriam Gößler. Ich könnte jetzt ganz viele aufzählen. Ich lasse es einfach. Ich möchte auch niemanden vergessen. Mindestgebot 20 Euro. Wer bietet 20 Euro? 20. Wer bietet 30? 30. Wer bietet 40? 40 Euro hier vorne. Wer bietet 50? 50 Euro, der Junge Mann. 50 Euro sind geboten. Der gibt 60. 50 Euro sind geboten. Niemand mehr, niemand mehr. 60. 60 Euro hier vorne. 60 Euro sind geboten. Jemand 70. 60 Euro. 70 Euro im Hintergrund. Jawohl. 70 Euro da hinten. 70 Euro sind geboten. Jemand 80. 70 Euro sind geboten. Niemand mehr, niemand 80. 70 Euro sind geboten. Zum Ersten. 80 Euro hier vorne. 80 Euro sind geboten. Hier vorne links. Wer bietet 90? 80 Euro sind geboten. Niemand mehr. Niemand 90. 80 Euro sind geboten. Hier vorne links zum ersten. 80 Euro zum zweiten. Und 80 Euro sind geboten zum 90. 90 Euro sind geboten. 100. 100 hier vorne links. 100 Euro sind geboten. Jemand 110. 100 Euro sind geboten. Niemand 110. 100 Euro sind geboten zum ersten. 100 Euro sind geboten zum zweiten. Und 110 Euro sind geboten. 110 Euro sind geboten. Jemand 120. 110 Euro. 120 Euro die Dame. 120 Euro sind geboten. Jemand 130. Niemand mehr. Niemand 130. 120 Euro sind geboten zum ersten. 120 Euro sind geboten. Hier vorne links zum zweiten. Und 120 Euro zum dritten Verkauf. Glückwunsch.